Jo, shit, ey, ja, du wieder hier, der Schlawiner, ähm, hab ich gerade gewundert, ich guck hier so durch, ich wusste, dass ich noch mindestens zwei Videos nachkommentieren wollte, ne, so, wunderbar, und dann sich, äh, wieso steht die Base-Attack-Force, tatsächlich, äh, war noch ein paar Base-Attack-Force-Dinger, so, also Sequenzen, so, das hier geht ziemlich schnell, ist einfach nur, ich hau das mal zwischendurch rein, weil, äh, ich muss sagen, ich hab jetzt lange, nicht bei Base-Attack-Force reingeguckt, bei Combat Siege und bei, wie heißt das andere Ding, Panther Rush, ähm, eben gerade habe ich eingeloggt, weil ich noch eine Sequenz aufgenommen hatte von Combat Force, ne, nicht Combat Force, fuck, ich weiß gar nicht mehr, sieh, sieh, ich komme so durcheinander, ähm, was sind diese Ding, World War II, äh, fuck, ich komme nicht drauf, ist doch egal, dieses andere Spiel jedenfalls, wo, äh, die Runden einfach ewig dauern, ja, und dann, ähm, hab ich auch so mal eingeloggt, und wenn gerade jemand da war, auch mal hallo gesagt, ne, ähm, einfach auch gerade nicht allzu viel Zeit, also deswegen sind das eigentlich auch alles etwas ältere Sequenzen, deswegen hab ich mich gewundert, ach, was hier so, Base-Attack-Force, ist ja interessant, ja, da haben sie diesem Iskander-Typen, äh, für die, die wir jetzt ein bisschen verfolgt haben, die wissen, wer er ist, ne, und was für ein böser Finger er ist, und dass er uns einfach hintergangen hat, und so weiter, und, ne, haben sie ihn einfach wieder ein paar Basen weggeruppt, und, äh, ich hab eben gerade gesehen, dass sie auf der Karte, wo ich war, auch noch welche, äh, weggespringt haben, ich glaub fünf Tage, oder so hab ich jetzt ja nicht reingeguckt, fünf, sechs Tage, und, ähm, ich dachte eigentlich schon, die haben mich rausgeschmissen, ne, weil ich mich auch nicht abgemeldet hatte, ich hab, ich bin einfach nicht dazu gekommen, da jetzt mal reinzugucken, ich hab auch nichts großartig aufgenommen gehabt, jetzt die Tage, ich hab ein bisschen War Robots noch, ähm, dann konnte ich jetzt das eine, äh, World War II Spiel, ich komm mir nicht drauf, wie sie sehen, ich hab grad noch reingeguckt, äh, konnte ich da fertig machen, ja, und so weiter, und so fort, ne, ähm, wie auch immer, ist eigentlich auch nicht allzu viel zu sagen, die haben sich schön aufgestellt, hier, schön mit ein bisschen bumm bumm, und haben hier einfach eine Basis weggeruppt, die hatten tatsächlich noch mehr weggeschossen, ich bin nämlich reingekommen, da hatten sie gerade noch gekämpft, gehabt, an einer anderen Basis, das hab ich noch gesehen, und, ähm, ja, ich versuch demnächst mal wieder da mitzumachen, das ist jetzt eigentlich deren Hauptziel, ihnen so zu vertreiben von den Karten, auf denen die spielen, ähm, das weiß ich auch nicht, aber auch nicht mehr so, die haben die Karten, die haben die Karten, die haben die Karten, die haben die Karten, die haben die weiß ich noch, das hab ich mir auch noch gemerkt, und, würde ich gerne auch noch mitmachen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich kam nur in letzter Zeit auch nicht dazu, und, ja, ihr wisst ja, das Leben war, kommen halt auch mal an, manchmal fühlt man sich auch nicht wohl, muss man mal ein bisschen packern, und, also, so ein Tüttelfitz, und, ähm, ja, hab ich da mal gewonnen, da sind ja tatsächlich Videodateien drin, noch in dem Ordner, hui, da muss man mal reingucken, ja, ähm, ansonsten gibt auch nicht allzu viel zu sagen, und ich guck grad, wann das aufgenommen wurde, Jesus Christus, also für, äh, digitale Verhältnisse, die, 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 die Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.